Tag Freunde, Tom hier von AgForum. Ja, Version 224 ist erschienen und wir schauen uns jetzt in diesem Video die Seeminen an. Und dafür begeben wir uns nochmal kurz in den Fabricator. Dann zeige ich euch noch ganz kurz, was denn an Mineralien oder an Ressourcen benötigt wird. Tja, dann seht ihr hier 15 Polymer, 30 Metal Ingot, 20 Cementing Paste, 15 Oil, 75 Gunpowder sowie 25 Crystal. Gut, haben wir alles zusammen gehabt und haben jetzt mal 10 Seeminen hier hergestellt. Wie ihr sehen könnt, wenn ich jetzt zu hoch schwimme, dann ist das Ganze hier rot. Wenn ich schwimme mich entsprechend niedriger, dann wird das Ganze grün. Und ich habe es jetzt selbst noch nicht ausprobiert, also wir müssen das jetzt einfach zusammen erkunden und entdecken, wie das funktioniert. Ich schwimme jetzt einfach mal hier hin und würde eine Mine mal platzieren. So, und dann ist die auch entsprechend da. Oh, ich hoffe jetzt nicht, dass da was passiert. Okay, ich schwimme jetzt nochmal näher ran, um zu schauen, ob ich eine Einstellung treffen kann. Okay, wir können hier also ein Einstellung auswählen und wir können es nur zerstören. Im DevKit war es ja eigentlich so, dass da noch eine Kette dranhängt, weil so schwimmt ja diese Mine jetzt einfach frei im Wasser umher. Ich schwimme das gerade mal. Ja, es gibt also zumindest optisch mal keine Kette. Und ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, wie das Ganze dann hier auslöst. Ich platziere das jetzt mal hier vielleicht so ein bisschen. Unterhalb geht es nicht. Ja, so halb im Wasser ist sie dann auch. Und sie wird also von meinen eigenen Freunden in Anführungszeichen nicht ausgelöst. Ich versuche jetzt einfach mal selbst dagegen zu schwimmen. Ja, es gibt also wirklich keine Einstellung hier. Ich versuche jetzt mal dagegen zu schlagen, vielleicht passiert ja dann was. Ne, dann geht sie also nur kaputt und ich muss sie reparieren. Gut, dann funktioniert das also nicht. Ihr habt jetzt auf jeden Fall einen Eindruck bekommen von der Seemine. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, schaut einfach bei uns im Forum vorbei. aquorum.de ist die Adresse. Wir freuen uns über euren Besuch. Bis dahin, euer Tom. Ciao.